Hallo, hallo alle zusammen. Es geht mir gut. Jetzt ist nun, ich möchte ein bisschen auf Deutsch sprechen. Was sonst, was kann ich sagen? Ich sage, das ist eine erstaunliche Sache, diese Sprache, die deutsche Sprache sprechen. Ich sehe hier viele Ausländer in der Stadt. Ich will auch so sprechen und ich muss viele mit Menschen üben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu besassen. Ein wichtiges und gutes Niveau. Genau, genau, genau. Ja, ich habe auch mit Deutsch und an der Sprache als Chinisch, Kantonisch Sprachen gelernt. Jetzt ist es, ich studiere hier in meiner Wasplatte. Das ist, glaube ich, sehr interessant für mich, umzubauen. Die Kompetenz, das ist sehr, sehr wichtig. Und errichterlich, errichterlich. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Judy OR